Mario ist fein. Aha, hat zwei Minuten gedauert, um es von mir angezeigt zu werden. Tja, wenigstens ist jetzt da. Legen wir gleich los. Ach, der Pizza-Shop stimmt ja. Ja, das ist der Sinn von einem Pizza-Store. Oh, wow. Oh, wow. Hmm. Okidoki. Der ist doch nur draufgefallen! Und wie hat der jetzt schon wieder seine Klamotten an? Warte, jetzt sucht der schon nach Memes? Ich dachte, der erstellt sie! Ja! Let me guess Mario! Oder boah, einer von den Peinen macht! Warum der Arm in Luigi immer? Warum der Arm in Luigi immer? Ja! Bravio! Alright Mario, was ist passiert? Hm... Nice... Ahhhh... 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 Mamma mia... Guck.. Hat er got SUV wieder mitgehoben? Jack Black isn't doing a signing here? Nope, sorry. Just a friend in need. Okay, bye. Let's get this over with. Easy, fat Italian man gone wild. He started his own pizza shop, didn't realize it involved actual labor. So he had a mental breakdown and is now a lazy loser. Such a stupid, lazy, dumb, ugly, stinky. Hey! Today, Dr. SMG3 is gonna fix it. Oh, man. Was soll das jetzt darstellen? Ach so, er hat SMG3 geholt wegen seinem Professor-Ding damals. In World of Warfare Detailion 2018. Als Kind? Die Pizza-Gesch... Die Brose-Geschichte. Hehehe. Hehehe. Oh, my God. Get the shop. Oh, my God. I love that. Oh, my God. Oh, my God. Äh... Eggdog hat ein Baby bekommen? Äh, Maggie? Ja! Ja! Warum gibt es jetzt einen Power Ranger? Ach so! Die hat das Schuluniform. Ach komm schon! Ich müsste doch Mario inzwischen lange genug kennen. Zeit für meinen ultimaten Beweg. Super, Maggie, Motivation, Mega, Attack! Ooooooh... Ich würde mal sagen, die wurden einfach reingespawned. Das ist so nice! Was? Nein! Mario muss auf die Probleme hinzufügen! Nein, ich gehe auf vacation! Ajajajaj... Und... Ich bin ein Lightheader. Du bist fantastisch! Ja! Ja! Was? Ja! Ja! Was? Ja! Oh my god... Ja! Wow! Die Miko... Paul... Das Miko-Kissen. Na ja, Fischi kann vielleicht helfen, aber Bob, das fang ich nicht wirklich. Ai! Du hast doch Null! Oh Mann! Die Doppel-Sherry! Das ist die Lösung! Die Doppel-Sherry! Natürlich! Das ist die Lösung! Die Doppel-Sherry! Er hat das Item damals in... Wie Luigi immer noch am Leben ist. Die Doppel-Sherry! Die Doppel-Sherry! Mario! Mario! Luigi! I'm doing it! I'm doing it! Yeah! Yeah! In some of these! Eh... Die Doppel-Sherry! Der Name Luigi ist kein Stretch-Mentroy! Mario! He-he-he-he! So sexy! Eeeee! Yeah! Mario! He-he-he! So sexy! Oh! Wenn das Ding nicht zu leben erwacht. Ach stimmt, Estypho hatte von der Weile Geburtstag. Heieiei, das war mal ne Nummer. Der arme Luigi mal wieder. Tja, alles hat zwei Seiten. So recht. Aber... Maggie muss endlich lernen, dass Mario nicht auf ihren Methoden funktioniert. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Darum bedanken mich für's Zusehen, bleibt's zahle, lasst lauter und bye! derbeeteteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteoteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Vielen Dank.